Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werde ich euch mal mein persönliches Season 9 Recap zeigen, also im Prinzip die Statistiken von Epic Games, die Epic Games erstellt hat. Diese Season konnte man sogar nicht nur den von Epic erstellen lassen, sondern man konnte alles auswählen, warum ich kein Lieblingsoutfit auswählen konnte, Lieblingsrückenassessor weiß ich nicht, Stranger Things. Ich weiß gar nicht, was es überhaupt genau war bei Stranger Things, ich weiß gar nicht, ich glaube ich war da im Urlaub oder so. Aber hierbei Lieblingsoutfit und Lieblingsrückenassessor hatte ich wahrscheinlich zu viele und kein wirklich ein Favorit. Ich würde sagen, ich habe jetzt mal alle einzeln hier ausgewählt, außer einem Unterstützer, einem Creator und Roboter gegen Monster. Ich glaube, es interessiert eher keinen, aber jetzt die drei Clips und die werden wir uns jetzt alle nacheinander anschauen. So, 53 epische Siege. 150 Mal eine Neo-Tilted, das ist krass. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so auf einer Neo-Tilted gelandet bin. Ich bin ja eigentlich hauptsächlich, wenn ich Arena gespielt habe, ziemlich viel Neo-Tilted tatsächlich gelandet. 174 Kopfgelder. Ja, ist in Ordnung. Habe ich aber auch nicht allzu viel gespielt. Wie viel Schaden? Äh, 2613. Das ist stabil. Traurige Posaune. Okay. 82 Mal eingesetzt. Alles klar. Äh, 16 Spieler im Beaches-Hold-Modus. Da habe ich nicht viel gespielt. So, dann Nummer 2. Die Kammenschrotflinte. 721 Eliminierungen. 721. Wie, TF? Warte, wie viel hatte ich letzte Season? Alter, ist das viel. Warte, Season 9. Äh, Kills 1.800. Von 1.800 Kills, was eine verdammt riesige Menge ist. By the way, 67 wins, dort steht nur 53, ist klar, ne? Oder vielleicht nur ein bisschen Talmud nicht reingezählt oder so. Ja, auf jeden Fall. 1.800 Kills, davon allein 700 mit der Kammenschrotflinte. Das ist fast ein, das ist mehr als ein Drittel einfach. Okay, das ist sehr, sehr krass. 150 Mal. 8 Mal durch die Straße für ein Jumpman Island. Ja. Mein Lieblingsfahrzeug, der Kugler. 254 Kilometer. Alter. Damit habe ich ja auch komplett durchgezogen. 100 Fortbytes, ja, klar. 41 Mal mit einem Sturmdreher, okay. Eigentlich krass, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich das so oft benutzt habe. So, let's go, Nummer 3. Kyo war dein Lieblingsgefährte. Ich habe nie Gefährten gespielt, außer wahrscheinlich als eine bei denen. Durch drei Matches, dann ist mein Lieblings, in der es hießen, er ist häufig benutzte Gefährte. Dreimal nur. Ah ja. Alle 14 Tage, Sommerherausforderung. Easy. In einem Match mit den meisten Eliminierungen hast du 50 Spiele eliminiert. Äh. Ach so, wahrscheinlich diesen einen Granatenmodus oder so. Ja, klar. Platz 1 bin ich da 52 Mal geworden. Mit Crandon. 106 Matches als Team unterwegs. Okay, das ist stabil. 106 Matches. War Magma. Ja, dieses Season World Cup. 219 Lackierung auf jeden Fall. Lieblingslackierung. Das waren dann alle Rückblicke. Ich hoffe, es hat dieses kurze Video gefallen. Ihr könnt mir ja auch vielleicht mal in den Kommentaren euer Recap teilen. Dann würde ich mich auf jeden Fall interessieren. Dann könnt ihr den Link kopieren. Wäre auf jeden Fall nice. Lasst gerne ein Abo da, wenn euch die Videos hier gefallen. Und über ein Like würde ich mich auch freuen. Schreibt mir auch gerne Feedback in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.